Keule fragt Pete Smeet. Reinigt ihr eure PCs, wenn ja, wie und womit? Hm. Ich reinige meine PCs mit dem Staubsauger, wenn ich den mal offen mache. Ansonsten nicht. Nicht gut, oder? Ja, letztens musste ich meinen PC reinigen, weil der wurde so laut, dass ich gedacht habe, hier startet ein Düsenjet. Ja, und zwar musste ich den reinigen, weil da unten der Lüfter, der CPU-Lüfter von der Wasserkühlung, der saß so voll, dass der halt überhaupt nichts mehr geleistet hat. Vielleicht noch 10% Kühlleistung und dann immer auf volle Olle gelaufen ist. Meistens mit einem Staubsauger. Also mit einem Staubsauger, mit einem Aufsatz, mit so einer schmalen Düse geht das eigentlich ganz gut. Gut, also mit Pinsel und sowas fange ich da gar nicht erst an. So genau muss ich den gar nicht sauber machen. Aber regelmäßig, so alle zwei Wochen, sauge ich den einmal von außen ab, weil von außen die Lüfter ja auch gerne sich so mit Katzenhaaren und Staub vollsetzen. Von innen eher so alle drei Monate. Also das ist schon deutlich weniger, weil eigentlich das meiste sich außen so anfängt. Da sind ja auch extra so Gitter vor, damit das nicht ins Gehäuse kommt. Und jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen. Im Winter sowieso. Wir sind YouTuber, wir reinigen unsere PCs nicht. Das ist wie mit unseren Klamotten. Wir schmeißen die weg und kaufen neu. Das ist nicht wahr. Ich habe tatsächlich so eine Druckspraydose. Und ab und zu, früher noch zumindest, bin ich dann mit meinem Rechner immer in die Fabrik von meinem Vater gefahren und habe mit so einem Hochdruck Luftreiniger den sauer gemacht. Das geht heute nicht mehr. Deswegen ist tatsächlich so eine Druckluftpistole, das ist halt ganz geil. Viel pusten und dann trocken, aber nie nass. Zu selten, glaube ich. Aber wenn, dann aufmachen, Sachen rausnehmen, Wattetüche, nicht Wattetüche, Wattetüche, die Dinger nehmen, die Q-Tip-Zeug hilft häufig. Und halt so ein kleiner Handstaubsauger. Also wenn du vom Rechner selber ausgehst, ja, den mache ich so ungefähr alle dreiviertel Jahr oder so, mache ich den mal auf und mache den mal sauber. Beziehungsweise die Lüfter. Womit mit einem Staubsauger und mit, wie heißen die Dinger, Q-Tips. Mit Q-Tips. Und was man da, also, ja, mehr braucht man da eigentlich, also mehr brauche ich da eigentlich auch nicht. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, da irgendwie Wärmeleitpaste neu rumschmieren zu müssen. Das wäre vielleicht, ja, wobei muss ich mal kontrollieren. Also irgendwie sowas, ne, Wärmeleitpaste, Q-Tips, Staubsauger, dann passt das schon. Und Schraubenzieher. Und Schraubenzieher. Und Schraubenzieher. Und Schraubenzieher. Und Schraubenzieher. Und Schraubenzieher. Vielen Dank.